Hallo und herzlich Willkommen zu Deezens 3 in The Paradies. Ich grüße einmal Kevin Tuck. Hallo Kevin. Oh, ah, aha. Oh, ah, aha. Dann grüßen wir einmal Ben. Hallo Ben. Und hallo Sam. Das ist der gute Sam. Na los, komm, mach mal irgendwas mit ihm. Pflegen. Und spazieren. So, und was macht unsere gute Kira? Oh, die kleidert hoch. Naja, die kann ja erstmal hier schnorcheln gehen. Und was macht denn unsere Lack so? Oh, wie süß. Strecken? Wie süß. Oh, putzen. So, unsere Kira. Geht jetzt mal. Schwimmen? Schnorcheln? Oh, wer schreibt denn hier? Oh, ich... Hä? Hä? Wie ist du denn hin? Was ist denn hier los? Warum? Fähigkeit. Fähigkeit lernen. Los fliegen. Nein. Danke, das Video hast du super gemacht. Ich würde auch Granille in deiner WG einziehen lassen. Jetzt zu eurer Information. Ich habe ein Let's Play Video gemacht. Und da habe ich von Katzenfarm ihre Pferde, ihre vier Pferde gezeigt. Und ich habe auch gesagt, die können auch Pferde aussuchen, welche zu dieser WG reinkommen kann. Und da hat sie jetzt für Vanilla entschieden. Und, ähm... Ja. Dann wird auch Vanilla auch bei uns einziehen. Lach, lach, lach. Was gibt es denn hier zu lachen? Oder lach dich aus, hier. Mama, mama, mama. Ja. Hier, fragen wir mal hier. Freundlich. Befragen. Ich bin ja nichts zu essen, kann das sein? Warum stehen die hier so blöd rum? Ich mache das hier mal so. Sieht aus, ob die da nicht rangehen können. Wäre ein bisschen fatal. Machen wir das mal am Rand. Das kommt dann mal hier hin. Das kommt da hin. Und das kommt hier hin. So, dann kann ja jeder auch rankommen. Rankommen, rangehen. Wie auch immer. Ach, machen wir mal so. Lassen wir so. Gehen wir mal weiter hier. Dann kann hier jeder was essen. Machen wir hier mal neu. Es ist gut. Einmal für Kinder. Einmal Frischstück. Einmal Mittagessen. Einmal Abendessen. Und vegetarisch. Oh. In diesem Resort nirgendwo etwas zu essen. Na, natürlich gibt es hier was zu essen. Oh, hier. Die hat ihr Laptop mitgenommen. Frag mal. Äh, auf mich auszubohen. So, mach ich. Das würde ich so machen. Ich werde Grendler jetzt noch dazu. Äh, das ist das Beste, was einem je passieren könnte. Okay. Wir haben was gemeinsam. Wir haben was gemeinsam. Zu weh. Hä? Wo ist der denn? Scheiße, das habe ich mir weggelegt. Da. Komm, oh ja, das ist doch süß. Dann flirten und, und. Und Promi. Nein. Und, und. Wollen wir mal schauen. Fragen, ob sie Single ist. Ja, fragen, ob sie Single ist. Heaven hat erfahren, dass mit Tee gearbeitet. Okay. Der nächste Part werde ich dann Vanilla einziehen lassen. Sprich, das seht ihr dann am Dienstag. Hm, ja, ähm, die Sims 3 wird jetzt, äh, zwei bis vier Mal jetzt geben in einer Woche. Und Harry Potter wird dann auch bald jetzt, dem ist, komm, einmal die Woche. Und, ja, bin ich mal gespannt. Hier, da habe ich mich selbst hier reingemacht. Das könnt ihr sehen. Na, seht ihr? Schemaine Jean, das bin ich. Aber falsch geschrien. Das bin ich selber mit den zwei Hunden. Ja, dass ich auch überall bin. Egal, wo ihr hinguckt. So, jetzt gehen wir mal zu Ben. Du siehst gar nicht gut aus. Du bist müde, ja. Was ist mit Kira? Ach, Kira ist zu Hause und schläft. Ach, das ist ja nett. Hm, mal schauen. Ja, diesen Part werde ich so 15 bis 20 Minuten machen. Also 10 bis 20 Minuten kann man das so sagen. Essen, Ben, Ben, was wollte eigentlich jetzt Ben werden? Großer Entdecker, achso. Ja, viel Glück. Danke. So, und ja, du hast ja Resort. Und du willst... Von Kira... Küstenretterin. Ach, du willst ja... Ja. Müssen wir ein bisschen... Trainieren. Ah, lalalalalal. Ah, hehehe. Hey. Leck. Ja, sorry, dass mit der Wiese hier irgendwas nicht stimmt. Ich hab was... Oh, Bug. Nee, ich hab irgendwas, äh... Gedownloadet, also... Irgendwas gedownloadet und seitdem hab ich diesen... Rasenfläche so... Äh, muss ich herausfinden, woran es liegt. Oder lag, oder liegen wird. Wie auch immer. Ich werd's ja sehen. Und dann, ähm... Beheb ich das, ja. Wieder. Hm, aber bestimmt die nächsten zwei, drei Parts wird's bestimmt so sein. Weil ich bestimmt bis dahin nichts gefunden habe, wo das ist. Aber ist ja nicht so schlimm. Krieg ich ja hin. Ja, hi. Hi, Ria24. Ich hoffe, du siehst mein Part. Ja. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ja, komm, einen langen Spaziergang geht's nicht mehr machen. Jetzt nach Hause. Lachso hat jetzt genug geschlafen. Er kann sein Spielzeug holen. Was geht denn da ab? Wer bist denn du? Rai? Wer ist denn Rai? Sag dich mal. Wo bist du denn? Oh, wo läufst du hin? Was hast du denn da? Spiel mit. Wo war ich denn? Spiel mit. Ach so. Ich meine ihn. Ach, er ist jetzt. Lass. Hier, alle rennen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Sie wird ja Küstenretterin. Oh, ich weiß, ich war schon lange nicht mehr da und jetzt weiß ich gar nichts mehr. Jetzt kommt bald wieder ein neues Elton raus. Und nein, ich weiß es noch nicht, aber ich hab mir schon D-Sims 4 und Titanfall vorbestellt. Das wird 2014 kommen. Also freut euch darauf, D-Sims 4. Hier, er freut dich auch. Ja. Ja, ihr könnt euch alle freuen. Freuen, freuen, freuen. Aber Sims 3 würde ich trotzdem noch weiter spielen. Äh, warum kannst du nicht essen? Geh bitte essen. Bis jetzt. Ja, geht doch. Warum nicht gleich so? So, und danach schlafen. Äh, relaxo. Du Arme. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ich werde jetzt auch das nächste Mal ausschalten. Kratzen. Hausbewachen. Hausboot bewachen, ja. Das ist ein Hausboot. Boat. Glückwunsch. Ja, was ist das denn? Sieht ja komisch aus. Unter einer dran? Hallo? Hallo? Ist da jemand da? Hallo? Oh, ist leer. Oh, Mann. Ich drücke mal die falsche Taste. Zerstörung. Kratzen. Ja, ja. Du kannst ja gleich was kratzen. Oh, guten Morgen. Ja. Guten Morgen. So, warte mal schauen. Wo bist du denn? Du kommst jetzt erstmal hier nach Hause und... Kevin. Kevin, komm jetzt nach Hause. Und jetzt schlafen. Und Kira. Die wird jetzt auch gleich wieder aufstehen. Sollen wir mal hoffen. Ja, ja. Beim nächsten Part mache ich das hier aus. Dann bin ich nicht online. Und wollen wir mal... Ach, ja. Aha. Äh, wollen wir mal Geschenke mal schicken und danach... Ich mach das anders. Na, Moment. Geschenke schicken. Ich bin noch jemand... Chicken. 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 Wollen wir mal schauen? Komm, jetzt, äh, was? Okay. Hallo, how are you? Ja. Mal schauen. Komm, ein bisschen vorspulen. So viel Zeit habe ich jetzt auch nicht. Es kann sein, dass dieser Part kürzer austritt, ist aber auch nicht so schlimm. Weil danach kommen die Parts, die länger sind. Falls der nur 10 Minuten gehen sollte, dann tut's mir leid. Sag mal, wo bist du denn rausgekommen? Aus der Wand? So, ich hab kurz Pause gemacht. Ähm... Mal schauen jetzt hier, wen schicke ich jetzt. Und danach ist Pause. Also, Ruhe, schenke ich dir. Hai hai. Chicken, chicken. Ähm... Wem schicke ich noch? Ähm... Lust hier. Ja komm, sie kriegt ne Muschel. So, immer hai hai. So, und dann... Oh, die hat Hunger. So, ich gehst erst mal. Baden. Dann noch Essen. Was ist das? Ob wir Katzenbaum kaufen. Ah, ha, 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 ha. Da musst du noch. Was hat denn hier, was? Yo-Gi-Oh! Hahaha. Jaaa. Haha. Nein. Hm. Sport. Sport machen, Sport machen, Sport machen, Sport machen. Wie macht man am besten Sport hier mit? Trainieren. Ich hoffe, das geht hier auch. So, Kira, 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 mach mal. Schnorcheln. Ach, tauchen gehen ja gut. Dann machen wir mal das und dann machen wir mal das. Die Katze will unbedingt, also, meine Menschen, meine Sims, wollen unbedingt einen Kratzbaum. Die packen wir aber nach unten, weil sonst kommt er da nicht hin. Die hat doch eigentlich schon einen Kratzbaum. Jetzt brauchst du dann noch einen. Ah, guck mal, da wohnen welche. Wie geil. Spionieren. 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 lerne wohnung und da ist die katze sie macht jetzt sport los kira muss leider den park gleich beenden so mal sehen wie du noch sport ist 12 34 23 und vier ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal kira jetzt schon lange bis dahin und er kommt noch ein neuer mitbewohner und bis demnächst ciao